Los geht's Freunde, wir versuchen den Weltrekord zu brechen, den größten Finger der ganzen Welt zu bekommen und okay, erstmal müssen wir, oh, gewaschen werden, immer schön ausweichen hier und was ist das? Irgendeine Farbe und oh nein, was passiert hier und oh nein, was war das? Es tut mir leid, okay, wir sammeln, oh, alle Finger ein, wir müssen der längste Finger aller Zeiten werden, jetzt ganz schnell mit der Farbe drüber und warte mal, was ist das hier? Äh, sind das irgendwelche Haare oder sowas? Aber, oh, es sieht gut aus, wir haben es tatsächlich geschafft, liken und den Kanal abonnieren nicht vergessen, Freunde!